Party, Protz und Putin. Rätselhaftes Russland. Die russische Seele entweder ist zornig oder sie liebt die Welt. Mafia und Oligarchen, Protzerei und Armut, Wodka und Gewalt. Uns bleibt nur der Alkohol im Leben, um abzuschalten. Wohin steuert Russland heute? Was im Moment in Russland passiert, nennt Putin Demokratie. Das ist doch lächerlich. Russische Frauen zwischen Emanzipation und Rollenklischees. Eine Frau muss schön aussehen. Der Mann soll ein bisschen schöner sein als ein Affe. Das reicht aus.